Kann es sein, dass ich euch jetzt ein wenig verwirrt habe? Ja, wir haben einen neuen Jingle für unsere Classic-Show. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Macht aber nix. Ich habe schließlich jede Menge alte Platten, die ich nicht mehr kaufen brauche, weil die ich sie schon habe. Und ich habe es letzte Mal versprochen, wir starten mit Lila Kay und Dr. Alban, Hello Africa und zwar im Tech-Macusa-Mix. Und auch heute wieder garantiert Only Vinyl. Ich bin der Olli, grüß euch. Yo, my name is Dr. Alban, the MD-Microphone Doctor. This song is dedicated to the people of Africa. Swimmings, Give me some props. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite. Yeah. Yeah. Hello Africa. Tell me how you doing. Hello Africa. Tell me how you doing. Helloét. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Wisst ihr, was der fucking Vorteil ist an dieser Sendung? Wir spielen die Platten fast alle aus. Und da am Schluss hat man nochmal gehört, wir spielen tatsächlich echte Platten. Ha! Only Vinyl seit Anfang des Jahres. Und ich habe noch jede Menge geiles Zeug für euch rausgesucht. Lasst euch überraschen. Unter anderem das hier. Das ist von 1993. Das ist mittlerweile 31 Jahre alt. Das könnte gleich von heute sein. Paul van Dijk. Love Stimulation. Turntable Reloaded. Time for a Classic. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 bis 2017 Das war's für funk, 2017 Die Sendungultura от Shake, 2017 die engstern haben. Lasst wir Auto-Mule in qui wie . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wundere mich gerade nur, weil ich habe hier ein Plattencover von Thomas Kukula damals bekommen, das ist auch schon über 30 Jahre her, da hat er noch mit einem dicken Edding draufgeschrieben, wie dieses Lied heißt und wem das ist. Legendär, das ist einmalig, das ist hier definitiv eine limitierte Schaltplatte gibt es nur einmal, handschriftlich von Thomas signiert, hier ist er nur mit Back Again. Back Again 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 Back Again